Hallo hier ist der Thomas von Session und ich befinde mich heute in Frankfurt in der Filiale und möchte mal die Gelegenheit nutzen euch die Bandbreite der Hellweg Junior Gitarren vorzustellen, die wir hier ausgestellt haben. Begonnen habe ich jetzt mal mit einer 7,8 Gitarre, das heißt eine fast große Gitarre. Hier haben wir eine Decke aus massiver Zeder, Boden und Sargen aus Mahagoni und die Sattelbreite beträgt hier 50 Millimeter, ist also fast schon wie bei einer 4 Viertel. Ich gehe mal flugs weiter in den Modell rein, nehme mal die mittlere hier, die ist eine 3 Viertel Gitarre von der Größe her, hat andere Hölzer verwendet beim Bau und zwar hier eine massive Fichtendecke, Boden und Sargen sind aus Buche und auch der Hals hier ist heller gestaltet als bei dem 7,8 Modell. Hier handelt es sich um Ahorn. Die Gitarre ist auch matt lackiert, wodurch leicht anderer Klang zustande kommt. Es wird jetzt natürlich auch immer schwieriger drauf zu spielen, weil ich mit meinen langen Fingern auf kleineren Gitarren natürlich dann etwas zu kämpfen habe. Ich probiere es. Ja, man kann doch schon deutlich hier einen Klangunterschied feststellen. Ich denke, das hört man auch ganz, ganz gut über die Kamera bzw. über den YouTube-Kanal. Wie gesagt, matt lackiert, leicht anderer Optik. Wiederum im Gegensatz zum nächsten Modell. Da nehme ich jetzt wieder mal das Mahagoni, Mahagoni-Botenzargen und Zederndecken-Modell, auch massiv. Hier Zederndecke. Dies ist die halbe Gitarre, das heißt halbe Größe. Die Gitarre ist natürlich eine ganze Gitarre, nur in halber Größe. Und hier wird es noch schwieriger zu spielen. Ja, dazu zu sagen ist noch, dass es jeweils die Modelle eben in der hellen und in der dunklen Version gibt, jeweils mit Fichte oder mit Zederndecke massiv. Und am besten ist es, wenn ihr direkt vorbeikommt mit euren Kindern oder auch selbst und die Gitarren vor Ort in die Hand nehmt und testet. Denn nur so kann man genau sehen, was passt eigentlich für die richtige Körpergröße, für das richtige Alter. Unsere Verkaufsberater sind hier sehr erfahren und stehen euch natürlich mit Rat und Tat beiseite. Gerne auch den Gitarrenlehrer mitbringen, gerne die ganze Familie mitbringen. Session ist immer ein Besuch wert. Ihr findet diese Ausstellung hier in Frankfurt, ihr findet sie aber auch in Walldorf und ihr findet auch das Komplettzubehör, was man dazu braucht, zum Beispiel Tasche, Fußschemel, Stimmgerät und so weiter. Alles, was das Herz begehrt. Und eins oben drauf noch, jetzt in der jetzigen Zeit, wenn ihr also euch beeilt, bekommt ihr auch noch Sonderpreise zu den einzelnen Modellen. Also kommt einfach vorbei. Wir freuen uns auf euch. Bis dann. Tschüss.